ja jetzt haben wir es geschafft in der letzten folge hat man das natürlich so mit achten und krachen und überhaupt hier von da oben runter und dann wurden wir immer von mumien und von elite und toten ja herzlich willkommen auch ich bin noch ein bisschen ja ich bin noch ein bisschen geplättet die silberbrocken 20 dachte kokosfleisch ja ja ich hätte auch alt drücken können ich weiß gerade eben am überlegen was ich wie ich jetzt was vor habe weil wenn ich da hinten hingucke und die sowieso eben gerade eben gesät war mit golems und mit diesen untoten und was ich verballert habe an an kram ich weiß das ist ist so und wenn ich mir meine potenz angucke ja da könnte ich nämlich noch was machen und ich habe mich mal schlau gemacht in meinem inventar und was ich machen kann ich werde zurück zum schiff aber erstmal abspeichern wo war an karte padara mal gucken reicht das überhaupt das dauert ein bisschen mehr ja rüstung habe ich auch an es ist noch nackt nacht und da ist der heinz am schlag 1 der ernst am schlafen ja heinz und ernst das passt irgendwie die entsprechen wir mal an und sagen nicht so richtig zu die schiffe es geht sofort los genau denn ich habe vor meine rüstung zu verbessern das ging ja da in uber gar nicht da war ich nackt und bums deswegen rüstung verbessern am besten das mache ich auch nachts und wo mache ich das hier war auch eine werkbank rüstung verbessern dann tränke herstellen vielleicht noch tränke kaufen und und was noch elixier des lebens richtig das kann ich jetzt herstellen ja völlig verpasst und mal gucken wie das wird hier muss immer zurück rüstung verbessern ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben welche ritter rüstung das sein muss es kann ja nur die sein also ritter rüstung ich bin jetzt nackt verstärkt damit wir hier nicht so gut das ganze noch mal und zwar mit der golem schütze rüstung da habe ich mir gedacht das ist doch mal eine coole sache noch machen wir nämlich auch die golem schütze rüstung und man kann verbesserte rüstung nicht wieder nur neu verbessern ist mir aufgefallen und es steht dann hier auch nicht verbesserte rüstung die man noch mal neu verbessern kann also irgendwer hat mir gesagt das würde so klappen golem schütze rüstung wunderbar ja dann das habe ich mir noch aufgeschrieben leichte assassinen rüstung machen wir die assassinen rüstung die leichte auch weil immer die nomaden rüstung ich hatte ja versucht die leichte assassinen die leichte assassinen kleidung zu ihr das klappt aber nicht aber durch eine verwechslung in der programmierung nicht schlimm hauptsache man weiß es dann ist mir aufgefallen und zwar ein gürtel herzustellen richtig fetzigen guten klasse gürtel der hier ganz unten steht und zwar ist das der mächtige beschütze einmal leder zwei schwarzes erz und tot totalschutz 15 also in allen kategorien das können wir uns jetzt auch mal angucken und zwar rico haben wir hier natürlich die verstärkte ritter rüstung dann die verstärkte leichte assassinen rüstung dann die wo ist die golem da war ich eben drauf genau dies auch verstärkt so dann gucken wir mal unter den gürtels da ist ein mächtiger beschützer gürtel in allen dingen 15 vorwaffen pfeilen magie und feuer gut ok da muss ich halt eben zehn geschicklichkeit dafür ein büßen damit ich hier gut geschützt bin warum stehen denn schon wieder besen hier rum mein herr muss ich ja für den könig halber ist klar du kannst mir zwar geschickt beibringen aber du bist mir zu teuer das würde nämlich für fünf geschickt würde es 25 lernpunkte geben und ich habe ja nur 65 nur 65 mein gott in den ersten level würde jeder sagen sie von wegen wua cool so viele lernpunkte aber im laufe des spiels wo ja alchemie tisch wir werden elixier des lebens wo ist ein elixier des lebens was das war ganz oben glaube ich sind es der heilung elixier des lebens konnte ich doch machen oder nicht habe ich jetzt irgendwas ist hier der heilung zurück spezielle heiltränke braun nein mist wo war das spezielle tränke braun da war ich bin so aufgeregt so und zwar elixier des lebens einmal halmwurzel kronstöckel krank hergestellt das ganze kann ich wie oft machen ja ich weiß ich muss meine lebensenergie aufputschen und ich weiß kronstöckel das wird bestimmt noch weiter geben oder das kann es ja wohl nicht sein dass es jetzt auch wenn ich jetzt hier alle kronstöckel aufbrauche könnten wir gerne in den kommentaren schreiben junge du duttel könnte gerne machen ja nicht so knallhart aber ja mit kronstöckel da hast du dich jetzt vertan oder sowas in der hart also in der art ja kronstöckel mal gucken trank hergestellt wie viel tränke kann ich denn machen jetzt gucken wir doch mal wie viel elixier des lebens wir haben benzt da elf stück elf stück also 220 die glucksen wir jetzt auch unter gut und sind dann bei lebensenergie 695 speichern nach diesem besäufnis werde ich mich erst mal eine runde hinlegen und schauen wir mal wo hier noch ein bisschen frei ist wenn das hier wie immer bis zum nächsten morgen schlafen weil ich zu wohl hier als möchte und gucken ob der mir noch urwüchsige sprüche geben kann also so zauber sprüche anwalt alles gut sowohl wir als bitte 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 habt was noch im inventar ich brauche so globalteile wie unwetter und feuerregen zeig mir deine ware das sieht nicht aus der hat sein inventar nicht aufgeforstet so wenig los so welches ich möchte meine lebenskraft steigern machen wir das mal gucken wie teuer das möchte meine lebenskraft steigern ja fünf aber auch plus 20 wie viel mache ich denn dann 1 so dann haben wir 60 55 50 50 ja kalkulation also muss ich jetzt mal gucken hier so 50 lernpunkte wir brauchen noch mal dann kriegen wir wieder zehn stück dazu haben wir 60 ich weiß nicht ob das reicht guck mal nochmal nach wir haben jetzt 755 von vorher die 100 noch was ob das ausreicht bei den ganzen leuten irgendwie hinzukommen also die unten in der verfluchten mine so habe ich noch was aufgeschrieben suppe kochen suppe kochen ja sollte ich da vielleicht auch machen und zwar lässt sich das doch bei unserem smootje nee der ist woanders der ist ja woanders da war ich schon im richtigen stockwerk da war ich schon richtig so albin und du bist du hast du was zu essen für mich ja klar hier hast du deine suppe endlich mal wieder eine folge wo ein bisschen quatschen können kessel genau richtig mit wasser und jetzt weiß ich nicht wasser habe ich wasser aufgefüllt jede menge bei einem kessel ist doch schon wasser so fleisch so wochen albin fisch so will ich nicht wie viele teller kann man hier zehn teller tomatensuppe 10 teller tomatensuppe gekocht wenn man das noch mal machen 10 teller tomatensuppe und ich liebe tomatensuppe leute auf einem so richtig frisch gemacht na wo ist er denn hier ja tomatensuppe bananen kompott zubereiten nur ein teller okay und dann so ein schuss sahne drin tomatensuppe ich kann noch mehr tomatensuppe kochen so dann bananen kompott fräutersuppe geht das aha weil die gibt nämlich auch noch so ein na sag schon einen geht das noch ja einen na wie heißt das perma bonus ja dann werde ich mal hier gucken was ich noch alles kommen gucken kann ich mache jetzt im bananen kompott geht das geht auch gut dann springe ich wieder nur dahin wo wir dann hin wollen und macht dann weiter ja hallo liebe freunde ich habe jetzt alles weg kocht was irgendwie weg zu kochen ist und dann gucken wir auch gleich mal ins inventar ich habe das folgendermaßen gemacht ich habe alles in einem kessel gekocht und desto später die suppen zubereitet worden sind umso herzhafter haben sie dann geschmeckt gucken wir mal welche suppen wir so alles jetzt haben und welche suppen noch perma boni bringen ach hier habe ich noch eine banane über dann haben wir bananen kompott sehr schmackhaft dann haben wir die dünne brotsuppe ja diese dünn die dann fischsuppen ja toll dann leckere fleischsuppe ich will auch ganz gerne wissen wo ist die kräuter so dampfende kräuter so macht stark okay dann kriegen wir ein bisschen stärke dazu das ist immer klasse ähm was haben wir hier noch tomatensuppe die werde ich dann natürlich wenn ich sie wirklich benötige dann esse dann kräftige schinkensuppe lebensenergiebonus und äh schmackhafte wurstsuppe was bist du und kräftigen eintopp stärkebonus und lebensenergiebonus gut das werden wir dann bei gelegenheit brauchen mit der crawler suppe die sah ja immer ekelhafte aus wo war die denn jetzt noch mal da ist er genau lebensenergiebonus wunderbar abspeichern jetzt gehen wir wieder rüber zu baldwin ich gucke noch mal habe ich irgendwas noch vergessen nein eigentlich nicht und baldwin würde jetzt angefragt werden und zwar zurück zu regeln wieder zurück nach vorhand eine vorhand in uns möge dich beschützen bitte einige minuten später etwas später etwas aber auch nur etwas das schiff leben steht nämlich irgendwo da hinten irgendwo in der nähe habe ich mal gesehen da 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 zwischen rechts neben der linken insel ja ernst das ist schön jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen umgucken damit wir hier die render geschichten wieder gut rein kriegen und jetzt ja dann war das jetzt richtig war das jetzt richtig habe ich jetzt nicht gesehen oben löwen als nein das ist nicht richtig so da ist uga dann geht es jetzt nach uga sorry ich muss was unbedingt machen sonst kriege ich wieder einen auf den deckel von runde runde assassine da und zwar nehmen die verstärkte leichte assassinerrüstung und jetzt jetzt aber wo sind wir jetzt das ist ja wüste 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 und dann sind wir ja hier direkt laufen wir direkt auf die wüstenräuber zu und war hier noch rechte hand irgendwie war die rohers rechte hand war da auch noch dabei war die rohers rechte hand war da auch noch dabei war die rohers kann ich ja nicht gehen kann ja mal gucken aber da das alles wie soll ich sagen das sind alles fernkampf menschen moment man kann ich ist noch nicht dabei aber da war ja aber wurde leider nicht so gut angezeigt wie viele minuten habe ich jetzt verplempert ach schon 14 sorry leute aber jetzt müssen wir ganz schnell gucken ob wir dann durch die weiter durch das durch die verfluchte mine kommen also bis da später so einmal hier durch dieses kleine korkenzieher loch und dann runtergeklettert er wollte hatte noch ein paar eben noch ein paar leutchen um zu nieten und jetzt können wir uns durch diese tomaten super richtig schön stärken das ist doch klasse auch gleich mal unsere stärke potenz an 148 ok sprechen wir mal kurz und jetzt gilt es für die strategie hier nein ein blog zu gucken ob ich eventuell hier diesen liedekrieger erstmal einfriere ja der ist eingefroren jetzt kommen die beiden heilis heilis an so kommt ein ring wir vielleicht kann ich ja ach das hat geklappt gerade so im letzten moment ich dachte ich hätte ein bisschen mehr schutz oder sowas aber ein glück dass wir das haben gehen wir wieder zurück oder ist noch eine truhe und dann werden wir mal wieder ein bisschen was essen und speichern sowie der tomatesupp getrunken jetzt sind wir bei stärke 150 und wir haben hier noch eine truhe ach die habe ich schon so habe ich nicht schon kann ich mich gar nicht dran erinnern eine spitzhacke fast mit äppeln apple 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 boy ja richtig zu anfang der folge dann gucken wir mal ob wir das gleiche ob die verschaltet sind miteinander hahaha werde ich mal sicherheitshalber mal den eisblock gleich nochmal wählen und tote elite krieger siehste beide miteinander verschaltet ja manchmal bleibt da irgendwie hängen okidoki wieder was essen 155 stärke jetzt hervor geht das noch müsste gehen ihr seid dumm schade ich bin dumm nee das wusste ich doch da ist noch wieder ein golemi golemi versolatido oder schaffe ich wieder mal nido oder gleich weiter auf einmal elite krieger und die mumi kommen hier mach mal mach mal sag mal mami komm bisher eh lahm ich bin auch ein bisschen lahm jetzt weil ich den geschwindigkeitsring noch nicht wieder ab und angezogen habe die mumie blutet blutet aber ein bisschen dreckiger herrlich jetzt lunzen war ein bisschen ob noch mehr ist ich kann mir vorstellen dass da noch mehr ist als nur so ein golem und davon ist ein wüsten stein golem ja jetzt schon er ist schon mist wollte mich noch schön umziehen ok machen wir folgendes dann schnell den knüppel rausholen der ist mir nämlich am wichtigsten den knüppel und nicht wenn er mich jetzt trifft dann schmuck ich garantiert weg oder der schmuck da weg nein da ist er weg da ist er hin aber man hört noch trampeln aber auf dem weg dahin habe ich doch noch irgendein schwertchen vergessen da ist es sogar geschärft so große frage hierdurch oder erst mal hier runter ich würde erst mal hier runter gehen wollen und dann sagt nicht so sonst ist mal ausgestreckt runter gegangen naja wenn du verstärkt jetzt so meinte ich das richtig und was haben wir da hinten sehr hinten haben wir noch ein paar people hier gucken wir noch mal weiter nicht über ihn hier elite kriegel elite kriegel ja ich weiß der knüppel ist nix deswegen werden wir als auch mal braucht immer länger okay dann werden wir dich erst mal noch ein paar schläge genau du bist denn dann die mumie wird leicht sich hinlegen müssen im vollständigen verband dachte hier wäre viel mehr los guck mal haben wir irgendwie was in der aufregung vergessen irgendwas an der wand in der wand um die wand herum ne haben wir nicht dann haben wir noch einen verfluchte skelett und ich bin schon reichlich verflucht was aber warte mal machen wir das mal anders vielleicht bringt uns ja auch hier etwas mehr das könnte winke winke die animationen sind göttlich so mal speichern mittlerweile sind jetzt alle tomaten süppchen aufgebraucht und wir gucken uns an 157 stärke haben wir jetzt bis jetzt dadurch bekommen und da ist ein untoter lite krieger elite krieger da sieht ich angehustet habe und ich habe natürlich noch vergessen zu erwähnen dass ich jetzt wieder meine verstärkte assassinenrüstung angezogen habe weil da ist nicht zu holen mir wieder die hitze nicht bekommt in der dicken verstärkten aladdin rüstung wir haben wir denn da ist noch okay das sind eine mumie und verfluchte skelett die sind beide auch sehr langsam in ankommen ist da eine brücke oder ist das ein abgrund nächsten gebrück kommen kann man so ein bisschen vorschwächen wohl nicht so ganz das war wohl nicht so eine gute idee wird das wieder knapp ich habe noch ein bisschen mal gucken wer ist als erstes kaputt obwohl du bist doch schon kaputt wo ich gehe jetzt auch kaputt ist ja giftig das ding dann werden wir mal versuchen mal so einen kleinen fehler auszumerzen wie zum beispiel moment mal wer ist der und gehen wir mal eben auf das verfluchte skelett gucken ja okay kommen die beide hoch die beiden kommen hoch ist ja irre der wird ja schneller hier der mumienheins da geht es jetzt war diesmal wieder nur im schwert was zu machen läuft 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 so schnitzel dir so einen ein ach ja richtig wieder vergiftet aber das soll uns nicht abhalten noch mal über eine brücke zu gehen muss mal gucken gibt es hier noch irgendwo einen klumpen der versteckt sein könnte nein na mal speichern gucken wir mal zur abwechslung auf die schatzkarte der verfluchten mine wir befinden uns ach wir befinden uns wieder auf dem brückweg nur unterirdisch na dann bin ich mal gespannt wie weit wir da kommen kkkk kommen ach ja wieder so ein h1 ok ah hier kann man die ding sehen aber das kranwerk das müsstet ihr mal erzählen falls es ihr nicht schon vorher gemacht habt in den kommentaren so ok mal gucken was können wir ausnutzen welche ecke da hat er mir doch noch tatsächlich eine einen übergebraten und wir haben wieder eine stufe gestiegen gibt uns in der potenz 10 dazu also lernpunkte wieder 60 so hinten ist ja noch so ein untoter elite krieger elite krieger und da kommen beide wieder mit ok so mach hin ok irgendwo ist noch eine mumie am rumkröbeln ach da oben irgendwo hier geht es auch noch lang ok schau mal wo die ist und tote elite krieger ach da unten ist auch noch was ok da würde ich mal sagen wir gehen wo geht man jetzt lang oh da ist sie ja schon so mach das ding platt hier ja mit den kombus habe ich es noch nicht so vielleicht liegt es auch daran dass ich es auf gothic 1 kampf schaltung geschaltet habe ich das daran ich habe es auch noch nicht ausprobiert ja dann gucken wir mal oben drüber ob hier noch was das ist gefährlich aber wir gehen das mal hier hoch hier geht noch nicht hier geht es hier schon hoch nein jetzt haben wir ihn wieder doof gemacht viel zu spät voll verdrückt ich habe eine idee glaube ich mache es anders so ich glaube ich mache es anders damit er mir nicht auch noch irgendwie energie abzwackt natürlich schön hätte ich auch irgendwie so eine art rüstung oder gürtel energie so oder so von irgendwelchen lebendigen kreaturen natürlich ist klar was haben wir denn hier am ende textur rock tapete felswand ja ich habe den feuerpfeil also munition gewählt in der hoffnung dass ich zwar von hier oben ein bisschen schaden anrichten kann aber müssen erst mal gucken ob das überhaupt aha das dürfte klappen das dürfte klappen immer zu spät so ist man das verboten skelett hier anvisieren weg 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 also bis ich die erledigt habe überspringe ich das ne so da liegen die beiden hier und gucken mal auf die uhrzeit 19 uhr 10 die hitze kann mir nichts mehr anhaben also wieder zurück zu meiner super verstärkten ritter rüstung 1 haben wir schon haben wir schon schauen wir schon weil da hinten am ende sehe ich etwas sich zu holen und zwar noch so ein eins jetzt habe ich heute die faxen dicke hier du sollst genau richtig ein bisschen schwierig untote eiskrieger on the rocks da ist noch einer da ist ja noch ein untoter eiskrieger nein 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 achten auch mit gefolge nicht gut machen mal die eiswelle hier er hat mich wieder erwischt ja leute sorry koordination hätten wir anders machen müssen ah da hinten ist noch einer ich kann ich nicht gekriegt dass da hinten auch noch einer ist das sind sogar beide gewesen okay dann hat sich das doch noch gelohnt ja mal ein bisschen hier die knochel aufholen wo wir uns ein bisschen frisch machen und hoffen dass dahinten das ist was ich denke ja es ist es ist es ist es ist eine truhe dann lassen wir die truhe nicht in ruhe sondern schreiben uns die kombos auf was haben wir drin 300 gold und ein lustiges amulett was ist das mächtiges harnisch amulett kurz verwachen 30 danke dass ihr zugeschaut habt vielen dank macht mal einen kommentar vielleicht unten taumen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder tschüss tschüss